Denn es kamen zwei Pakete, die ich gerne mit euch mir anschauen würde. Das erste Paket kam von YouTube. Ach Gott. Von YouTube selbst. Da. Und Paket Nummer zwei, ohpala, hab ich selbst bestellt. Da weiß ich also, was es ist. Aber es ist ein bisschen gefloppt. Und zwar, ja, wie erklär ich denn das jetzt? Ich wollte neue Autogrammkarten bestellen. Ihr wisst ja, wenn ihr auf YouTube-Alien seid, dann bekommt ihr hier so eine wunderschöne Autogrammkarte und das Schreiben nach Hause geschickt. Zusammen mit der Holy-Probe. Davon wollte ich neue bestellen, weil hier sind noch vier Stück da oder sowas. Neue bestellen. Ja. So groß sollte die sein. So wie so eine Postkarte halt. Eben. Bisschen groß geworden. Aber die sind sehr, sehr nice. Ich hab jetzt direkt die nochmal richtig bestellt. Und zum Glück hab ich nicht so viele bestellt, diesmal. Ups, ein bisschen falsches Format. Bedeutet, die neuen Autogrammkarten sind dann bald da. Vorne sehen so aus, sehr ähnlich. Nur ich hab hier unten mal die ganzen Social-Media-Dinger aktualisiert. Und das T-Shirt. Aha. Und die Rückseite sieht jetzt so aus. Zum Vergleich. Früher hinten nur Thomas drauf gewesen. Ähm. Da kommt jetzt auf die Rückseite dieses wunderschöne Logo. Was ja auch hier hängt. Und die neuen werden auch abgerundet an den Ecken. Das wollte ich euch zeigen. So. Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Ich hab die wie gesagt hier. 50 Stück. Die zu groß sind. Als dass ich die benutzen könnte. Weil Porto, also dann ist der Porto viel teurer und alles. Was mach ich jetzt hier mit? Hm. Ich meine, die kann man sich so als Poster theoretisch auch an die Wand hängen. Was mach ich jetzt damit, Freunde? Ich nehme Vorschläge gerne entgegen. So Paketen könnte ich die beilegen. Ähm. Ich könnte die Paketen beilegen. Verlosen an die Ärmsten. Was schenken. Junge, das sind 50 Stück. Jedes Porto davon kostet locker. Was kostet das auf A5? 1,30? Scheiße, ich zahl jetzt 60 Euro Porto. 70. Äh. Ich hab neue, äh, neue, neue, neue für Sammy nochmal. Äh. Ich hab neue Autogrammkarten bestellt und die sind ein bisschen groß geworden. Aber sie sehen geil aus. Also ich find die Rückseite sehr cool. Ich überleg, ob ich die jetzt einfach in einen Merchshop für einen Euro oder so rein tu. Äh. Dann hab ich die wenigstens, weißt du, zum Selbstkostenpreis im Prinzip wieder rein. Äh. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ich damit machen kann, sagt Bescheid. Nur, auf, die haben ja auch 60 Euro gekostet oder so, gell. Ich will da jetzt ungern drauf sitzen bleiben. Äh, so. Klein machen und als Puzzle ticken. Gute Idee. Macht doch für VIPs. Ja, mach ich ja mit normalen Autogrammkarten. Aber die sind zu, also Junge, davon brauch ich erstmal A5 Umschläge. Und weißt du, was ja wie dein A5 Umschlag Porto kostet? Bei einem ist es Wurst, bei zwei ist es auch Wurst. Aber auf den Massen, die ich die rausschick. Junge, dann sind es 100 Euro Porto. Nur Porto. Nee, 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 nee. Ähm. Deswegen, sowas kommt dann einfach, ich kann die, also die kommen dann safe einfach rein in die, ähm, in die Boxen. In die Subboxen. Also, wenn ich eh ein Paket verschicke, kann ich die da reinlegen, ist ja nichts Ding. Oder halt für höhere VIP-Stufen, stimmt. Ja, oder ich mach die, wie gesagt, für 1,50 oder was, in den Merch-Shop Porto 1,20 oder 1,50 oder was auch immer. Äh, und dann verschicke ich die, kann man die sich einfach als Poster sozusagen kaufen. Billig. Dann hab ich wenigstens Selbstkostenpreis. Weil die sind geil, also, die sind, äh, schon geil. Die sind ein bisschen stabiler als ein normales Poster und so. Weißt du, das ist ja jetzt so ein richtiges Poster, aber das ist halt ein normales Papier. Also ein bisschen stabileres Papier, aber halt immer so ein Posterpapier. Und die sind halt wirklich Karten, also die sind wirklich fest. Das ist ganz geil. So, und was ich euch dann noch zeigen wollte, ist, es kam ein Paket von YouTube. Da steht schon drauf, YouTube-Shorts. Und ich weiß nicht, was da drin ist und deswegen packen wir das heute zusammen aus. Ich würde sagen, wir fangen auch an. Oh je, ein Geburtstagsgeschenk von YouTube. Seid ihr bereit? Was glaubt ihr, was ist da drin? Schreib mal in den Chat. Was denkt ihr, was ist hier drin? Das ist vor allem jetzt gute Werbung für, dass wir auf TikTok streamen, aber wir Werbung für YouTube-Shorts machen. Perfekt. Was denkt ihr, was ist da drin? Dominik, was geht? Natascha, wir spielen PS4. Was denkt ihr, was ist da drin, Freunde? Wir gucken mal. Okay. Plastik. Eine Thermoflasche. Wer will, wer will. Hoffentlich Konfetti. Oh, besser nicht. Okay, wir haben erstmal einen weißen Karton mit einer Tasse. Oh, aber die sieht wild aus. Oha. Das ist nicht so eine normale Merch-Tasse, sondern eine richtig nice YouTube-Shorts-Tasse. YouTube-Tasse. Wenn ich eigentlich eine Sache nicht brauche in meinem Leben noch, sind es Tassen. Ich habe so viele Tassen. Das ist katastrophal. Okay, was ist das hier? Irgendwas mit Kleidung? Äh. So. Ein Pulli? Ein Pulli einfach. Einfach ein YouTube-Shorts. Pulli? Aber wo steht da Shorts drauf? Ah, auf dem Ärmel. Schauen wir doch direkt mal. Passt wie angegossen. Oha, und auf dem Ärmel? YouTube-Shorts. Aber auch wirklich ein kompletter Hoodie, wo einfach nur dieser Schriftzug draufsteht. Mehr ist es nicht von YouTube. Also, da ist jetzt nicht irgendwie groß YouTube nochmal drauf, oder? Das habe ich nur nicht gesehen. Aha. Wie wir in den nächsten drei Jahren keinen neuen schwarzen Hoodie kaufen müssen. Juhu. Lieben wir. Sollen wir dir jetzt alle Gläser schicken, weil du zu viele Tassen hast? Ja, Junge. Echt so. Äh, so. Und dann zu guter Lä... Oh. Okay, das ist wild. Noch eine Mütze. Oh, die ist ein bisschen eng. Egal. So was. Die würde ich jetzt nicht aufziehen. Hello, E-Bims. Ein YouTube-Short-Mensch. Ja, ja, das auf den Arm habe ich gesehen, Fortuna. Das habe ich gesehen. Äh, ja, ja. Tasse, Mütze, Hoodie. Was will man mehr? Das war echt so. Oh. Perfekt. Haben wir nochmal neue Deko. So wie es sich gehört. Nice. Für den kalten Sommer. Ja, Entschuldigung. Habt ihr mitgekriegt, in Spanien einfach jetzt schon Waldbrände und so weiter. Und wir haben fucking Februar. Was geht denn dann im August ab? Nice. Insofern, danke YouTube für dieses kleine Präsent. Und, äh, Dankeschön. An euch, dass ihr da seid. Auf Wiedersehen.